Nun, wir haben dann noch die Ladung von dem letzten Schiff, das wir versenkt haben. Ich habe das mit den Papieren geregelt, aber ich fürchte, wir werden nicht mehr wirklich Zeit haben, Verkäufe zu tätigen. Und fast verschabeln wir es halt. Jedenfalls, was die Männer brauchen, sind Geld, Schnaps und Landgang in dieser Reihenfolge. Und natürlich, dass ihnen niemand erzählt. Danke auch zu Damien, jetzt wo wir den Zeitpunkt haben, wann es wirklich losgeht. Was macht den, wenn du noch nervös? In meinen Augen sollten wir auch gar nicht Selem anlaufen. In meinen Augen sollten wir Port Zornbrecht anlaufen, kurz davor. Und was sollten wir dort tun? Eine belagerte, beziehungsweise ist eine Stadt, die von den Zornbrechts regiert wird. Kann man wesentlich besser verteidigen, als diese Sämpfe und dem Delta. Ständig nur Nebel. Wir könnten noch mehr Sämpfe einwerben, so cool er mit uns ist. Nun, sowohl ich und mein Bruder, wir können noch einige Leuchttürme bauen, einige Rotzen dort oben positionieren. Ich war zwar noch nicht im Zornbrecht, aber ich gehe davon aus, dass wir noch eine ganze Menge Befestigung tun können, sowohl ich sie Max heiße. Das würde uns nur gegen die profanen Schiffelf nicht warnen, nicht gegen die Plagenbringer selber. Wie gut, dass wir ein Groscher weiter sind. Seit wann stellst du eigentlich Fragen ab in mir? Nun, ich bin sehr neugierig, ob die Vorgehensweise unserer werten Brüder... Ja, dann, tu mir doch einen Gefallen und lass das Schiff durchsuchen. Nochmal? Nochmal. Hier ist irgendwas im Busch. Dieser Mann vor uns ist nicht Abelmir. Was? Natürlich bin ich hier. Das ist auch nicht richtig. Was redet ihr denn da? Haben wir schon wieder einen Quetzlinger an Bord, oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Quetzlinger. Ich kann es euch beweisen. Gibt mir einen Deutsch. Ergibt ihr einen Deutsch? Ich würde mir die Handfläche schneiden. Also ganz vorsichtig, ohne gesehen zu schneiden. Ihr seht hier, Quetzlinger Blut normalerweise nicht. Könnte auch nur ein Teil der Illusion sein. Ich würde aber mehr fragen. Torgosch, er könnte ein Drache sein. Du bist auch Drachentöter. Ja, also Kapitän, was meint ihr? Sollte ich ihn vielleicht mal ein bisschen mit den Händen zurechtweisen, wisst ihr? Ich bin auch kein Drache. Nun, Quetzlinger oder nicht, ey. Verhaltet euch merkwürdig. Ja, wie gesagt, ich habe schlecht geschlafen. Das räumt ihr mir hoffentlich ein. Also deine Verkleidung ist gut. Wirklich gut. Aber an deinem Verhalten, Abel mir hätte niemals so viele Fragen gestellt. Er hätte uns mit so viel Wissen bombardiert, dass wir uns gar nicht mehr zurechtkommen würden. Was wollt ihr denn wissen? Frag mich etwas. Hast du herausgefunden, was wir gegen die Plagenbringer tun? Nun, man kann seinen Archten her zerstören. Man kann den Steuermann vernichten. Wenn man das schwarze Schwert hat, kann man sich auch befehligen. Kannst du mir etwas erzählen, das ich nicht schon wusste? Nun, dann müsst ihr genauer fragen. Ihr fragt euch mich, wie man die Plagenbringer zerstören kann. Ich hatte euch zwei Optionen genannt. Abel mir hat sich vor kurzem mit den Magiern der Nostagas dazu auseinandergesetzt und ist dadurch zu einem sehr guten Ergebnis gekommen. Das hat er uns gestern alles vorgetragen. Könntest du das nochmal tun? Nun, ihr habt es doch schon gehört, warum soll ich es nochmal erzählen? Gut, hier ist eine einfache Frage. Du erinnerst dich an die Dämonennarche, die wir kurz vor Portkorat aufgebracht haben? Dann ist 40-Schritt-Den, ja? Nein? Ja, dann hat er doch gar nicht mal angefangen, irgendwie die Fangfrage zu stellen und klappt jetzt irgendwie den Finger wieder ein. Eltern, hilf mir hier aus, was tun wir? Naja, ich kann anbieten, meine Bilder zu holen. Ich habe mehrere Portraits angefertigt, ob es auch wirklich er ist. Ich würde sagen, mein Blick sieht so aus, aber der Verstand scheint mir zu fehlen. Ist es vielleicht eine Art magische Krankheit? Könnt ihr euch Ähnliches vorstellen? Diese Antwort war jedenfalls so törig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir es mit, nun ja, jemandem haben, der sich für ihn ausgibt. Ich denke eher, dass ihm irgendetwas zugestoßen ist. Wir haben keine Borba-Ratmoskitos eingeschleppt, oder? Belust der Geistesfähigkeit, meint ihr? Mehr als wahrscheinlich. Würde er erklären, warum er nichts mehr weiß? Würde er auch erklären, warum er so seltsam steht? Das hat ja überhaupt gar keine Klasse. Ich sitze übrigens. Würde er auch erklären, warum er sich die Roma andersrum wickelt als sonst? Erzähl ich, das ist ja überhaupt nicht in dem Grund, müsst ihr wissen. Ganz schrecklich sieht das aus. Ich wollte nichts sagen, aber jetzt, wo ihr es schon angesprochen habt. Vielleicht sollten wir seine Kajüte durchsuchen, sehen, woran er zuletzt gearbeitet hat, ob es eine Erklärung gibt. Warum stehe ich plötzlich hier im Mittelpunkt dieses Gesprächs? Ich habe nur gesessen und zugehört und habe eure Fragen beantwortet. Aber offensichtlich irgendwas mit deinem Kopf nicht stimmt. Hör mal zu. Die Fragen eben nicht beantwortet. Unser Abelmir ist ein absolutes Genie. Er ist eine Choryphäe auf all seinen Gebieten. Was soll denn das heißen? Unser Abelmir? Das ist unser Abelmir. Wir können nicht von der Hand weisen, dass er vielleicht auf die eine oder andere Weise von einem Doppelgänger ersetzt wurde. Das ist jemand, der behauptet, Abelmir zu sein. Und ernsthaft, Jalan, Abelmir von einem Doppelgänger ersetzt worden, hast du jemanden gefunden, der diesen Mann, äh, hast du schon jemanden getroffen, der diesen Mann überlisten kann? Überlisten nicht, aber... Abelmir, du solltest dir jetzt ganz genau überlegen, was du sagst. Warum bist du eh eher? Nun, ich bin ein Beobachter. Stellt euch vor, wie soll ich euch das Wesen einer anderen Paralleldimension erklären? Ist euch dieses Phänomen schon einmal untergekommen? Du bist der Abelmir aus einer anderen Dimension? Eine temporale Verschiebung, eine andere Realitätsebene. Ähm, das klingt dir schon deutlich eher wie Abelmir. Boah, aus einer Dimension, in der du keine Ahnung von gar nichts hast? Es gab eine Zeit, da hat unser Abelmir nicht aufgehört, über sowas zu quatschen. Sieht ihr? Ich bin anders. Ich bin aus einer anderen Realität, könnte man sagen. Hm. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das zu beweisen? Äh, Abelmir. Infos. Äh, verdammt. Nun, frag, 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 frag mich mal nach meiner Kindheit. Okay, ich habe eine Idee. Wenn das nicht unser Abelmir ist, müsste unser Abelmir doch noch hier sein. Vielleicht sollten wir mal unseren Abelmir holen. Aber was ist denn unser Abelmir mit dem Abelmir hier den Platz getauscht hat? Sind wir verloren. Das ist ja wohl offensichtlich. Ich würde davon abziehen, eine Konvergenz zu erschaffen, indem ihr mich mit meinem Anderen, nun ja, in einigen gleichen Raum stellt. Aber vielleicht hat er ja nützliche Informationen von uns. So wie ich unseren Abelmir verstanden habe, sind diese Welten doch teilweise gleich. Äh, äh, vor welchem Problem stehst du in deiner Welt? Palligan sagte dir was. Das heißt, äh, die Plagenbringer, äh, die Schlacht, äh, die Große Seeschlacht. Da steht euch alles auch noch bevor. In der Tat. Wie gesagt, eine Konvergenz, äh, könnte dazu führen, dass diese Realität kollabiert. Äh, euer Schiff heißt auch die Drachentöter, oder? Nein, und das Schiff ist die Aviander. Die Drachentöter wurden umbenannt, in, nun ja, durch Umstände, die tragisch wie verhängnisvoll sind. Warum habt ihr euer Schiff nach einem Bakteria benannt? Wolltags und ich würde nie zulassen, dass wir ein Drachentöterschiff umbenennen. Der Aviander wurde umbenannt. Im Ende haben wir auch Torgasch an Bord. Eine Fiese noch dazu. Rollgramm, ich bin ein wenig irre. Ja, dann zieht sich irgendwie den Kragen runter und offenbart eine fiesgezackte Nabe. Hätte mich fast drangekriegt. Nun, in unserer Realität ist Aviander keine Bakterien, sondern sie hat sich heldenmutig für unser Schiff geopfert. Ha. Wir besuchten die Niederhüllen, besser gesagt, die Domäne der nachbauen Herren. Na, jetzt wird ja bei uns und sowas würde ich nie machen. Nicht ihr. Mir. Nein, unser. Aber mir hätte sowas auch niemals in Erwägung gezogen, die Niederhüllen zu besuchen. Ja, ich hielt es auch so. Er würde sein eigenes Segeln heilen niemals und das andere in Gefahr bringen. Ich bin mir sicher, auch euer Yalan, egal in welcher Dimension oder wie auch immer, würde bei sowas nie mitmachen. Yalan und ich hätten euch das mit Sicherheit ausgerichtet. Erzählt mir etwas über mich. Was mache ich dort bei euch? Nun, wie war es jetzt, Boltax oder der Bruder? Seemax! Seemax, ihr existiert gar nicht. Ich existiere gar nicht. Ihr seid gestorben. Nun ja, beim Ritual, das mir Boltax als Seelenschmieden nannte. Er wurde daraufhin zu einem, wie nannte es Geoden, einem Hüter der Zwerge. Hehehe, Boltax als Seelenschmieden nannte. Hehehe. Hehehe. Nun ja. Und ihr, Yalan, nun, ihr seid auch nicht mehr. Ihr seid zu Praus gefangen. Das ist aber eine nette Umschreibung. Hm. Na ja, aber ich habe wenigstens den Drachen bei euch auch getötet, richtig? Ihr? Ja. Nein. Welchen Drachen meint ihr? Den Schwarzen? Oder seine Knechte? Na, alle drei. So. Er hat Rassassor... Was bin ich denn für einen Versager bei euch? Dorgos hat Rassassor und seinen Gefolge getötet. So. Nein, nicht alleine. Naja, wir waren auch dabei, aber er hat den Speer als erstes geführt, also gebührt ihm der Ruhm. Ach, nur weil er vorne am Spießstand war er der Einzige, oder wie? Zwergenehre. Naja. Ja, wir wissen beide, sonst ist das schwierig mit den Zwergen da. Und seitdem läuft das ausgezeichnet. Ach, naja, gut, naja, gut. Nun, Rassassor ist bei uns auch gefallen, allerdings. In der Gemeinde aus agieren. Mit vielen anderen zusammen. Jetzt wird es halt nächstes behaupten, die Menschen mit anderen Fahnern? Anderen Fahnern. Selbst Novalis kämpfen. Wundert mich nicht. Viele Taten dabei. Ihr Schärflein bei. Naja. Naja, nachdem sie die Seeschlacht von Fregeias gewonnen haben. Die anderen Fahnern? Nein, sie haben die Seeschlacht verloren. Warum? Was? Nein. Vielleicht bei euch. In eurem komischen, äh, in eurer komischen Realität, in der Abelmir auch nicht wirklich Abelmir ist. Aber wie sollte das denn passieren? Wir haben die Seeschlacht gewonnen. Das kann ich mit meinen eigenen Augen bezeugen. Heißt bei euch der Kaiser des Mittelreichs auch nicht anziehen, sondern uns wen oder weiß? Nein, es gibt keinen Kaiser. Es gibt nur eine Thronerbin. Vielleicht. Das Balk? Ja. Ja. Anziehen ist tot. Erinnert mich an, ist sie nicht irgendwann verschwunden und war dann weg? War das nicht so? Ach, allem was man denkt, wollte sie einfach von einem Felsen vergraben. Ah. Einige will uns, dass diese... Also jetzt reicht es noch wahrhaftig. Wir müssen diesen Mann wieder in seine Realität zurückstopfen, bevor er noch mehr erzählt. Das reicht. Wir konzentrieren uns vielleicht auf die Sachen, die wirklich relevant sind und noch in der Zukunft liegen. Warte, warte, warte. Was genau ist euer Plan, um Polygon zu besuchen? Hey, Kapitän, mich würde noch interessieren, was Zulami bei ihm macht. Sie wahrscheinlich irgendwie Rechtssprecherin und gemeinsam mit Jalan Pryoska weiter oder sowas? Sie ist eine hohe Reihe geweihte aus Zulami. Zulami ist die beste Diebin, die ich kenne. Wirklich? Könnt ihr euch das vorstellen? Also, eine Schönheit war ich ja schon immer. Lass dir das ja nicht zu Kopf steigen. Wir konzentrieren uns auf Informationen, die für uns wirklich nicht relevant sind. Wie wäre es, wenn wir Informationen zu Darion Paligan und seinem Untergang austauschen? Was ist hier von Morda? Ja, das ist ein bisschen die wunde Stelle unseres Plans. Alles, was wir eben herausfinden konnten, sind Märchen und Lügengeschichten. Wunde Stelle in unserem Plan? Wir haben keine wunde Stelle. Wir haben mehr als genug Schiffe um die verdammten Plagenbringer und alles, was Paligan da zusammengehäuft hat. Und man, ihr werdet ihn nicht besiegen können, wenn ihr den Zauberkönig nicht besiegen könnt und seine Ringe, seine Reife. Das einzige, was wir darüber gehört haben, ist... Deswegen haben wir ja dich oder unseren Abelmir. Reife? Torgosch, war das der Knilch, den wir am Dergel umgebracht haben? Naja, da sind so viele von denen gestorben. Ich glaube schon. Du sagst doch irgendwas von den Ringen, den haben wir doch abgeschnitten, oder nicht? Ja, da hab ich durch alle Ringe auf einmal gestorben. Oh, der Zwergkönig hat so gelacht. Aber nach dem, wie ich Abelmir... ...den anderen Abelmir verstanden habe, hat ihn das nicht umgebracht. Nein, das hat ihn nicht umgebracht, aber... ...wir haben ihm noch die Ringe abgeschnitten. Deswegen erinnere ich mich auch nicht an den Knilch. Immerhin hat er uns Jamershwak nicht abgenommen. Ihr Besitzer Schwert? Ich würde es nicht besitzen nennen. Guck doch mal Jalan's Hand an. Ihr führt es aber. Nur wenn es sein raus... Was habt ihr darüber hinausgefunden, über dieses Schwert? Na ja. Guckt er seine Hand an? Ich will es nicht mehr als Abelmir herausgefunden hat. Wir haben den wahren Namen stabilisiert, und... ...das war's. Kann ein Dämonenreiche damit beherrschen, wenn man vorher den Käpt'n und den Steuermann abmorgst. Was habt ihr über die Planbringer herausgefunden? Abelmir hat ihren wahren Namen. Wie hat er das denn geschafft? Ich will meinen richtigen Abelmir wiederhaben. Er hat wohl irgendwie eine... Wie hat er es genannt? Trollische Urschrift des Daimonikon durchwühlt? Ich bin mir nicht sicher. Ah. Trollisch. Interessant. Nun, ich besitze auch ein Exemplar allerdings in Marisch. Es ist eine amphibische Rasse. Ah, das heißt, wenn unser Abelmir gerade in der Realität des anderen Abelmirs ist, dann wird er sicher alle nötigen Informationen, die man daraus ziehen kann, bereits zusammengesammelt haben. Also alles, was er uns zu sagen hat, ist wahrscheinlich nicht viel. Naja, so wie ich unseren Abelmir kenne, wird er dann in dem marischen Exemplar lesen. Und wenn er dann wieder zu uns zurückkommt, wird er uns die neuen Informationen daraus geben. Hm. Und der andere Diamantus wird so echt erstaunt sein, was für einen kompetenten ersten Schiffsmagier er doch hat. Aber er wird in anderen Jahren nicht haben. Liegt sich also wieder auf. Nun, ihr seid ebenfalls nicht mehr auf diesem Schiff. Diamantus, hast du sagen, der Kapitän der Drachen tötet? Ist doch lächerlich. Er soll in den Laden sonst zusammenhalten. Denn ich mach's nicht mehr. Das kann er vergessen. Als nächstes behauptet ihr, ihr seid der Kapitän. Aber mir. Vielleicht habe ich ja die Beförderung auf die Golgari angenommen. Nun, ihr seid übergelaufen zum Feind, könnte man behaupten. Ja, dann zieht irgendwie das Schwert halb aus der Schale heraus. Ey, das erzählst du jetzt aber nicht nochmal. Ihr überleidet die Ehre von unserem Kapitän. Nun, ihr habt verschiedene Realitäts-Ebenen. Sie müssen nicht immer gleich verlaufen. Wie ihr an euch verkennen könnt. Ich denke, wir haben das offensichtliche Beispiel direkt bei uns. Um den größtmöglichen Nutzen aus dieser Zusammenkunft zu ziehen, könntet ihr mir das Daimonicon bringen, ohne Abel mir in diese Kabine zu bitten? Wie gesagt, ich möchte eine Konvergenz vermeiden. Wir sind nicht in der Lage, durch die Fallen, die Abel mir aufgestellt hat und die Sicherheitsvorkehrungen durchzudringen. Das ist ja der ganze Sinn der Sache. Das wäre viel zu gefährlich. Dann erklärt ihn vielleicht die Hintergründe und die Tragweite dieses Zusammentreffens. Vielleicht gibt ihr das freiwillig heraus. Ein Versuch für ihres Wert. Captain, ich gehe mit ihm reden. Wenn auch jemand hört, dann wohl auf mich. Findet heraus, ob er überhaupt noch auf diesem Schiff ist. Frage an den Meister ist, Abel mir aufzufinden. Nein, euer Abel mir ist nicht da. Die Kalyse ist leer, beziehungsweise mehr als klopfen traust du dich wohl nicht. Und wenn du durch das Schlüsselloch guckst, kannst du niemanden an dem Schreibtisch erkennen. Dann kommt wieder rein, salutiert. Captain, nicht aufzufinden. Ich habe die Tür jetzt noch nicht aufbrechen lassen, aber ich habe zwei Männer davor stehen für den Fall, dass er sich austraut. Dann müssen wir, was auch immer passiert ist, so schnell wie möglich ungeschehen machen. Ohne unseren Abel mir sind wir wirklich verloren. Nun, ich könnte seine Kabine aussuchen, wenn seine Fallen nur gegen Feinde gerichtet sind, dann sollte mir nichts passieren. Ich wollte dich jetzt nicht aufhalten. Also. Aber was, wenn ihr hier sterbt? Nun, dies ist nur eine Realität. Es macht keinen Unterschied, ob ich hier existiere oder nicht existiere, solange ich ihn treffe. So ist es wohl. Es ist nur eine Realität, wie auch deine nur eine Realität ist. Und ich werde nicht unseren Krieg oder unsere Schlacht riskieren, um irgendeinen anderen Abel mir hier möglicherweise noch irgendwas Wichtiges, ein Kernelement entwenden zu lassen. Ich habe noch etwas für euch. Ich würde mal was aufschreiben. Ich würde jetzt mal, ich weiß nicht, wie lange so was dauert, diese Glyphe der nachtblauen Tochter aufzuskriptieren. Und die Glyphe auch von dem Wahrnamen von Darion Paligand. Das könnte ihnen hier helfen, aufzuschreiben. Aber ich weiß nicht, wie lange dort dauert. Also, wenn du die Komplexität hier erfassen möchtest, du hast sie ja in deinem Gedächtnis eingebrannt beim Zauber, ne? Hier? Dann zeichnest du sicherlich eine Stunde. Die hast du aber auch. Okay. Hier, dies müsst ihr euch nutzen. Dies ist der Wahrname Darion Paligand und auch der nachtblauen Tochter daneben. Das sollte eurem Borg-Magier helfen, euren Kampf siegreich zu führen. Das ist... Müssen die Linien so ungerade sein? Oder ist das nur bei euch von eurer schränkten Fähigkeit? Woran liegt das? Diese Linien sind exakt so, wie ich sie gesehen habe. Zulamin, Gorbas, könnt ihr den Wert dieser, äh, könnt ihr den Wert dieser Information irgendwie schätzen? Normalerweise würde das ja Abel mit tun. Schwierig. Wenn es natürlich echt ist, Zulamin, unter was würde man sowas verhandeln? Was schätzt ihr? Nun, der Name der tiefen Tochter? Das sollte einiges an Wert haben. Und ich weiß nicht, diese unsichere Linienführung hier, könnte es das chaotische Element sein? Ich hab's auf mangelnde Fähigkeiten geschoben, aber ihr könnt natürlich Recht haben. Nun, so wie ich es sehe, hat er uns diesen Namen gerade zum Geschenk gemacht. Also, ich weiß nicht, weshalb wir über den Preis reden sollten. Wenn ihr möchtet, könnte ich euch ein Porträt anfertigen. Wir hängen in ganz Gare. Wie soll ich es mitnehmen? Ein guter Punkt. Nun, wie seid ihr hierher gekommen? Wie gesagt, ich trat in diese Kabine und war hier. Das Wie ist mir nicht bekannt. Und wann ich zurückkehre, ist mir auch ebenfalls nicht bekannt. Dann solltest du die Zeit, die du hier hast, nutzen. Und wir sind wohl bereit, dir, soweit wir können, Fragen zu beantworten. In der Tat. Nun, dann werde ich jetzt einmal die Kabine aufsuchen von meinem geschätzten Mittäter, könnte man sagen. Abelmir. 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 Jalan begleite den Mann. Sicher doch. Und Zulamin. Du vielleicht auch. Natürlich, Kapitän. Traut ihr mir nicht? Nein. Nach euch. Gut. Eine sehr gute Eigenschaft. Ihr seid so hübsch wie auch in meiner Zeitebene. Ihr schmeichelt mir, aber das wird euch nicht helfen. Eine Reihe. Hör weiter. Guter Zwergenwitz. Häh. Ihr seid also eine Diebin. Und eine gute noch dazu. Ach, ihr verschwendet euer Talent. Wirklich. Das würde ich so nicht sagen. Nun ja. Andere Ebenen, andere Wippen.